Diese Erfindung hat vielen Menschen auf der ganzen Welt geholfen. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die nichts davon wissen. Keine teuren Fahrten zur Autowerkstatt mehr, wenn Ihr Auto Kratzer oder beschädigten Lack aufweist. Viele erfahrene Fahrer verwenden dieses erstaunliche Produkt bereits, um Kratzer und abblätternden Lack zu Hause einfach zu reparieren. Sprühen Sie es einfach auf die beschädigte Stelle und Ihr Auto erstrahlt innerhalb von 3 Sekunden wieder in altem Glanz, ohne Verfärbungen zu hinterlassen. Durch die Verwendung umweltfreundlicher Nanotechnologie-Materialien wird die ursprüngliche Lackoberfläche des Fahrzeugs nach dem Sprühen nicht beschädigt. Gleichzeitig ist es Wasser- und Ölbeständig. Eventuelle Flecken lassen sich leicht abwischen und der Effekt ist sehr deutlich. Dieses Produkt eignet sich für alle Autofarben und liefert sofortige Ergebnisse. Wird derzeit direkt vom Hersteller verkauft. 50% Rabatt, die Menge ist begrenzt. Wer zuerst kommt, malt zuerst.